Hotstyle Plank einfach schön festmachen, als wenn man wirklich ein Brett ist, Bauchmuskulatur ansparen, Ellenbogen zum Bauchenzimmer. Einfaches Krabbeln, liegen bleiben, ein kleines bisschen über den Erdboden und ja, mit ein bisschen mehr Platz wird es auch einfacher. Schiffchen oder Hollow Body Position, die Lendenwirbelsäule bleibt auf dem Boden und die Schulterblätter vom Boden weg und Füße hoch. Einfach ein bisschen tiefe Squat Position, kleines bisschen halten, bisschen bewegen. Das war's auch schon. Ability Press ordentlich festmachen, Spannung auf dem freien Arm, Po anspannen und die Knöchel in die Decke pressen. Zweihändiger Swing, die Power kommt aus der Hüfte raus und ihr streckt den Kopf einfach Richtung Decke. Die Blanche ist einfach schön für die Hüfte, dass sie ein bisschen aufgehend, dass sie ein bisschen flexibel wird. Kettle Burrows, schön aufrecht, Brust nach vorne und ihr Ruder mit der Hand in die hintere Hosentasche rein, also die seitliche Hosentasche. Goblet Squats, schön runter gehen und mit den Ellenbogen am Knie ansetzen, dass ihr eben auch steuern könnt. Pusher Plank ist die einfachste Variante. Einfach nur halten in der Position und schön festmachen. Bep跳 Bepauer Bepa 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 Bis zum nächsten Mal.